So, Checkpoint. Ja, also ich hätte auch nichts gegen eine mächtige Frau an meiner Seite. Da kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen dahinter lehnen und die arbeiten lassen. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond, wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann, nur das konnte bisher... noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Yay, da waren wir plötzlich in der Gegenwart. Was ist Gegenwart, ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ja. Wir schauen einfach mal. Komm runter, hat sie gesagt, ne? Das heißt, wir müssen irgendwie nach unten. Ja, da läuft sie. Gehen wir mal schnurrstärks hinterher. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit! Oh, das ist schwierig. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Augen auf. Oh, das ist schwierig. Warum hat sie eigentlich noch ein blutverschmiertes Hemd? Das ist ein bisschen... Hä? Was ist hier los? Ich glaube, das ist der Sicker-Effekt. So, wir haben hier einen Schalter gefunden, der rot ist. Hä? Also, okay. Hingehen und einen Schalter betätigen ist natürlich eine Ezio-Fähigkeit. Ganz klar. Also, dann habe ich ja... Da habe ich ja schon seit... Seit Geburt, danach schon Ezio-Fähigkeiten. Das ist ja cool. So, einfach mal Leiter aufgehen. Das ist auch schon krass, oder? Hoch auf die Leiter gehen und Schalter drücken. Wo ist seine Jugend folgen? Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Wann nochmal? Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. So, wann jetzt? Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahrt in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Wann jetzt? Ich bin zweimal die Leiter hochgegangen. Das reicht doch aus, oder? Habe ich jetzt schon die Ezio-Fähigkeiten? Nein? Also mal, wollt ihr mich verarschen? Kein normaler Mensch kann das ja. Was ich kann. Da hinten ist noch ein Schalter, glaube ich. Uiuiuiuiuiuiuiui. Gibt es hier noch irgendwo krasse Schalter, die so richtig krass mit Laufen und Wandern sind und so weiter? Hier ist noch was. Was sagst du denn jetzt, hä? Ezio, Ezio-Like, ne? Ezio-Like. Ja, siehste mal. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Schalter dann irgendwann wieder auf rot gehen, aber ich glaube nicht, ne? Okay. Rot, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruhe dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Sie flirtet mit uns, ja. Aber natürlich, wir sind ja auch beeindruckend mit unserer Leiterkletterfähigkeit. Ah. Und, ja, ein bisschen zu Fuß gehen kann ich auch, ne? Ich kann einen Schritt vor den anderen machen. Einen Schalter drücken. Ja, da bist du ja erstaunt, ne? Ja, was ich für geile Fähigkeiten besitze. Oh, was ist hier los? Moin, meine lieben Soldaten. Wie geht's euch? Wer bist du denn? Du bist ja eine Frau. Eine, eine Assassinenfrau. Und sie ist weg. Es kommen Pferde. Aber ich kann mich nicht bewegen. Also ich kann nur schauen. Hm. Interessant. Was zum Teufel? Alter, ihr! Was ist das? Wo bin ich? Aber Alter, ihr sieht ein bisschen anders aus. Und Alter, ihr? Wie zur Hölle? Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein. Und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Also das ist, äh, ja. Ein Desmond Miles in Alter, ihr gewandt. Das muss sein Ziel sein. Dann gehen wir mal ein Ziel hinterher. So, und ich weiß, dank Dirk, wir müssen gleichzeitig X drücken. Dann, äh, lässt sich das schnelle Handhaben. Ja, wir sind, wir kleben direkt am Arsch. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt umstürzen müssen. Geht nicht. Die Funktion ist ausgeschaltet. Also wir gehen einfach mal ganz klar hier hinterher. Aber ja, schön. So ein bisschen, ähm, Assassin's Creed 1 mäßig hier unterwegs sein. Aber da kommen wieder Gefühle hoch. Aber, ähm, ja, kann ich leider nicht jetzt, zumindest auf der PlayStation 5, nicht zocken. Da warte ich noch auf ein Remastered vielleicht. Assassin's Creed 1 Remastered. Aber ohne, ohne tatsächlich Assassin's Creed 1 zu spielen. Weil, das war ein bisschen an sich ja langweilig. Ich hoffe, die machen das, die peppen das dann auch nochmal so um 200% auf. So wie das hier würde mir schon reichen. Oh. Ja, und wir müssen jetzt klettern, ne? Ganz klar. Schon, schon haben wir mal einmal eine Tür vor uns. Äh, müssen wir so gleich klettern. Okay. Wieso kann ich ja nicht hoch? Aha. Was ist denn jetzt hier? Ich dachte, ich kann hier hoch. Hä? Okay, vielleicht hier lang. Nein, auch nicht. Was ist jetzt? Habe ich wieder hier so ein, ein Problem mit der Steuerung oder? Ich glaube, es geht nicht. Verdammt. Hä? Sind wir hier nicht richtig? Das sah aber so richtig aus gerade. So richtig beknackt. Verdammt. Aber das gibt doch nur, nur einen Weg hier, oder? Also hier ist auf jeden Fall so eine Art, äh, Latte. So, die müssen wir doch hier. Also, das habe ich doch in Assassin's Creed 2 im Hauptspiel, habe ich das doch schon tausendmal gemacht. Ich komme da nicht, ich komme da nicht hoch, obwohl jetzt fast, ich weiß zwar nicht wie, ich versuche mich hier immer von eben Punkt zum Abzug zu springen hier. Was ist das denn? Das ist ja echt merkwürdig. Gut, wir gehen mal runter. Ich glaube, es macht, macht eigentlich nichts. Es ist eigentlich total sinnlos, das zu machen. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht dürfen wir da nicht an dieser wunderschönen, an diesen wunderschönen Balkon ran. Vielleicht müssen wir hier hinterm Turm. Aber ich sehe hier auch nichts. Sag mal, was ist denn das schon wieder für ein Mist? Also, ich hätte ja gedacht, ja, okay, wir springen jetzt an dieser Latte. Aber hier sind ja auch solche kleinen Griffe. Also hier muss man ja auf jeden Fall hoch, ne? Der Balkon ist ja auch nicht so zufällig. Jetzt frage ich mich, warum komme ich hier nicht hoch? Was tue ich hier falsch drücken? Hä? Drücke ich hier irgendwas falsch? Das macht ja auch keinen Sinn, hier jetzt irgendwo weiter zu gehen, ne? Wir müssen ja hier hoch. Das war ja hier der Witz. Also, ich weiß es nicht. Ich drücke so, wie ich halt normalerweise drücke. Ich mache hier Klettern. Da passiert nichts. Jetzt tue ich X gedrückt halten. Passiert auch nichts. Einmal kurz X drücken. Macht auch keinen Sinn. Gibt es hier irgendwas noch Verstecktes? Gibt es hier irgendwas noch Verstecktes? Können auch nicht an die Tür rein. Die haben ja ganz tolle... Ach Gott. Oh, was ist das denn? Also, hier hoch springen und dann... Irgendwie bin ich gerade drauf gekommen. Alter Schwede. Man muss an der Seite hoch gehen zur Wand, dann... Also, hier bei der Playstation springen, dann nach links auf die Latte. Ach, du Heimatland. Na, das habe ich ja jetzt überhaupt nicht so richtig geschnackelt. Wow. Also, die fordern hier schon ein bisschen mit der Steuerung. Sich auszukennen. Boah, du Schemme, Herrgott. Das war jetzt aber echt schon mega schwer. Ich hätte jetzt echt fast geglaubt, dass man hier gar nicht mehr hoch müsse. Aber würde auch keinen Sinn machen, wenn es nicht so kam. Hey, die Frau aus Akon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay. Das überrascht mich. Ja, was wollte er denn schon von einer Frau zu der Zeit? Schokolade, ne? So, gehen wir mal nach unten. Moment mal. Warum folge ich nicht, Alter, ihr? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, scheiße. Das bedeutet... Was für ein abgefahrener Traum. So wurde ein Vorfahre von ihnen gezeugt. Schön, oder? So würde ich das jetzt mal sagen. Ach, ja. Ja, ein kurzes Schäferstündchen kann alles verändern. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Traume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Ich mag Sean, aber er ist tatsächlich ein kleines Arschloch. Wir reden aber trotzdem mal mit ihm. Falls das geht. Nee, geht nicht. Schau mal, ob ich hier noch mit jemand anderem reden kann. Nein, auch nicht. Doch hier. Hey. Äh, hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch zwei Teams verloren. Noch acht von uns einfach... weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher. Ja, ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden? Was ist dann? Wenn das passiert. Wenn es passiert. Erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal. Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Und da stehen die Frauen drauf. Ich beschütze dich. So, mal gucken, ob wir noch mal mit ihr sprechen können, ja? Wirklich, mir geht's gut. Ganz ehrlich. Aha. Sorry, Desmond. Ich muss die Berichte archivieren. Wir reden später. Wirklich, mir geht's gut. Ganz ehrlich. Ja, sie wiederholt sich. Wir brauchen da jetzt nicht mal mit ihr zu sprechen. Ja, ich glaube, dann können wir auch wieder reingehen in den Animus. Hier gibt's ja nichts mehr. Rein geht's. Ja, und damit haben wir die Trophäe Sika-Effekt. Können wir auch noch mal kurz reingucken, wenn wir, ja, mal schonnell wollen. Training beenden und wieder in den Animus gehen. Haben wir geschafft. Also einfach eine Story-Trophäe. Ja, wir brauchen die Trophäe. Und damit sind wir bei der erlauchtesten Republik Venedig. Das war's. Das war's.